Ich bin Laura Drostel, ich bin 22 Jahre alt, gehöre der Gemeinde Herz-Jesu in Bödinghausen an und ich mache momentan ein duales Studium im Bereich Sozialpädagogik und Management und arbeite in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe. Ich bin ehrenamtlich aktiv als Messiner Leitung in Bödinghausen und seit Dezember sitze ich im Stadtverstand des BDKJs Dortmund. An der Kirche stört mich, dass sie noch sehr an den alten Traditionen festhält und nicht unbedingt offen für neue Sachen ist und dass vor allem neue Ideen auf Kinder und Jugendliche nicht so viel Acht gegeben wird. Ich bin trotzdem dabei, weil ich mich für die Kinder und Jugendlichen bei unserer Gemeinde engagieren will und wenn man meckert sollte man halt auch probieren irgendwas zu verändern und das geht nur wenn man aktiv ist.